Eric und ich sind nach Bonn gefahren und haben seine Lieblings-Foodspots getestet. Los ging's bei City Express. Wie ich direkt gedacht habe, beim Reinkommen, mit jedem Mal, wo man tiefer in den Laden reingeht, wird der krasser. Also man kommt rein und sieht, oh, okay, dieser Fleischwies, der ist real. Dann ist hier hinten drin auch wirklich richtig hübsch für so ein Imbiss. Und wenn dann das Essen auf dem Tisch steht, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Es war der absolute Wahnsinn. Dankeschön. Boah, das seht ihr auch endlich mal vor der Kamera, wie Eric, das immer einen ablacht, sonst hört man das so, wow. So seitdem ich diesen Spot entdeckt habe, ich muss so einmal die Woche hier hinkommen. Du hast eben in diesem Kräuteröl, was du oben drauf hast, hast du auch nochmal richtig viel Geschmack drin. Und das Fleisch ist ultra saftig. Das ist richtig, richtig krank, ey. Was ich aber fühle, dass du uns noch so ein bisschen Tabulin mitgestellt hast. Vor allen Dingen jetzt kommt so dieser Schluck Ei ran, noch gefährlicher. Ich sag dir ehrlich, auf meinen hungrigen, leeren Magen, das sprengt die Skala gerade. Habt ihr irgendwas Kleines, was Leichtes, was Erfrischendes, was Süßes, was Letztes? Ich hab nicht da ja was für dich. Okay, ab zum nächsten Spot.